Nur wenn ich da erst aufsteige. Noch einmal ein sehr herzliches Willkommen zum 10. Kampi-Raumende der Leidensfreunde aus Lotte. Wir hoffen, ihr habt sehr Spaß und Freude und vor allem gute Gaunen auf uns zu geben. Alle, die unsere Kampi-Raumenden in den letzten Jahren bereits gesucht haben, erwarten sicherlich auch in diesem Jahr eine besondere Unterhaltung zu machen. Und natürlich werden die euch nicht getuscht. Schaut uns zu und teilen euch mit lauten Vitaas. Mit Applaus mit Brüder und mit euch auf die Hintervorstellung ein gesehen besonderes Unterhaltung. Okay, lasst uns wieder schon beginnen. Bubblurk Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Diese fünf Personen haben sich die eben gezeigte Show ausgedacht, die Tänze miteinander einstudiert und sie szenisch zusammengestellt. Das, so finde ich, ist doch noch einmal ein besonderer Applaus für Sie. Diese Zusammenarbeit ist bezeichnend für die Leitung von der Erfurt. Und aus dieser Gemeinschaft kommen so viele tolle, hochqualitierte Ideen und extreme Energie. Dieses Engagement macht unsere Leidens, Tänzerinnen und Tänzer zu starten. Dafür noch einmal ein sehr aufhöriges Dankeschön. Liebe Gäste, Freunde und Fans, wir wünschen euch und bei uns noch weitere tolle Stunden mit guter Laune und Leindämpfen bis die Füße qualmen. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir wollen euch alle wiedersehen bei unserem Jubiläum, 15 Jahre LDR-Fürde, dass wir mit dem Kampio-Wochenende am 27. und 28. Juni 2020 mit euch feiern wollen. Viel Spaß! Applaus So, was ich noch sagen, heute, Mitte 5 Zeit vorgehen, wir haben zwar uns die Tänze ausgedacht und so, aber ob es keine extra Leute gibt, die ganze Show ist auf den kompletten Leute ihren Mist gewachsen, weil ohne die kann man es nicht machen. Das ist noch mal ein Applaus für alle. Applaus Applaus Vielen Dank.